Da reden wir nochmal drüber. Ja okay, da sind wir schon mal erster. Ziehen wir uns mal mit Nitro durch und dann war's das auch. Der Mini macht mir hier ganz schön Konkurrenz, muss ich sagen. Der ist irgendwie in dem Spiel doch ganz schön gut. Oder die KI ist einfach nur wieder ein bisschen hochgesetzt. Die KI macht mir hier sowieso ein bisschen Sorgen. Weil persönlich finde ich die hier ein Stückchen zu stark. In manchen Fällen. Die Polizei ist sowieso ein Stückchen zu stark.